Nachgegangen, was ihr euch eigentlich erwartet von dieser Woche auf dieser Maturreise. Glücklicherweise haben wir mit Daniel ein offizielles DOC-LX-Crew-Mitglied mit an Bord. Das ist der Grund, warum ich im Team bin, falls ihr das viele schon gefragt haben. Und ich habe selbstverständlich immer ein offenes Ohr für eure Anliegen. Ihr selbst. Ich sehe da gerade den Daniel, bitte stell dich kurz vor. Ich begrüße dich, servus, ich bin der Daniel von Ranschel. Alles in Ordnung mit dir? Sehr gut, danke. Können wir irgendwas für dich tun? Nein, ich bin äußerst zufrieden. Servus. Was habt ihr für Erwartungen an das Programm, das euch in dieser Woche hier geboten wird? Ja, naja. Ich hoffe, es ist jeden Tag ein Partner da. Genau. Servus. Hallo, stellst du dich kurz vor? Ich grüße dich, geht's dir gut? Alles bestens, danke. Soll mich einfach unterhalten in meinem Geißhaus Sander. Du soll mich unterhalten in meinem Geißhaus Sander. Naja, ich bin prim eigentlich zum Strandliegen da. Ja, ich bin zum Strandliegen da. Ja. Und Kamelreiten in der Sahara. Ich bin Kamelreiten. Servus, grüß dich. Hallo. Sebastian. Ich würde sagen, wir schauen uns noch alles an und da wird sich sicher viel finden, worauf wir uns noch freuen können. Ich zeig mir, es ist eine Zeit für diese Baby. Ja, wir freuen uns schon voll aufs Bananenfall und so. Aufs House Party. Ey, was ist mit dir? Wie bitte? Steffa. Worauf weißt du dich schon? Ach so, freust du mich nicht? Die Frauen sind nett, das Bier ist gut. Ich freu dich. Buden, Buden, ich freu dich. Das ist ja was Schönes, oder? Ja. Ein Wasserpfeifenraucher. Niveau, die beiden. Ja, ein bisschen Party machen mit meinen Kollegen und das war's. Ein bisschen Party machen, gute Nacht, hihi. Beach Soccer, das wäre super. Nee, Beach Soccer, hm. Ja, da gibt es einen Beauty Corner hinten, da kann man sich verschönern lassen. Ist das etwas, was dir gefällt und würdest du das in Anspruch nehmen? Muss nicht sein. Das ist ein bisschen Dicke. Das ist ein bisschen Dicke.